Oh, the symphony, when I'm alive Willkommen zurück auf CruiseTube. Heute sprechen wir über Celebration Key, vergesst nicht, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Los geht's! Mit zahlreichen monatlichen Anläufen auf den Bahamas und mehreren ihrer Schiffe, die in diesem Inselstaat registriert sind, pflegt die Carnival Cruise Line eine beachtliche Präsenz auf den Bahamas. Nun wird die Kreuzfahrtgesellschaft sogar ihren eigenen Hafen haben, den sie Celebration Key nennt. Diese Namensenthüllung erfolgte 15 Monate nach Baubeginn auf der Insel Grand Bahama. Christine Duffy, die Präsidentin der Carnival Cruise Line, erklärte Wir arbeiten eng mit der Regierung der Bahamas und der Grand Bahama Port Authority zusammen, um sicherzustellen, dass wir das Beste von Grand Bahama und seiner Kultur hervorheben und zugleich den einzigartigen Spaß bieten, den nur Carnival bieten kann. Unter Betonung der natürlichen Schönheit von Grand Bahama wird jeder Tag in Celebration Key zu einer Feier, die unsere Gäste nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können, mit einer Vielzahl von Erlebnissen und für jeden Geschmack. Celebration Key ist das erste Hafenziel, das exklusiv für die Carnival Cruise Line entworfen wurde. Der Hafen wird an der Südküste der Insel Grand Bahama, etwa 20 Meilen östlich von Freeport errichtet. Carnival hat bekannt gegeben, dass Celebration Key jährlich bis zu zwei Millionen Gäste willkommen heißen wird. Der Kreuzfahrthafen wird gleichzeitig Platz für zwei der größten und neuesten Schiffe der Flotte bieten, die Schiffe der Exel-Klasse. Zur Exel-Klasse gehören derzeit die Schwesterschiffe Carnival Celebration und Carnival Mardi Gras, während Carnival Jubilee voraussichtlich Ende 2023 eintreffen wird. Welche Annehmlichkeiten wird Celebration Key bieten? Laut der Kreuzfahrtlinie wird Celebration Key verschiedene Attraktionen und Annehmlichkeiten bieten. Darunter eine etwa 1,6 Kilometer lange Strecke mit weißem Sandstrand, sowie von Bahamien betriebene gastronomische und Einzelhandelsoptionen, die speziell für Carnival-Passagiere zur Verfügung stehen. Welche Carnival-Schiffe werden nach Celebration Key fahren? Im Jahr 2025 und 2026 werden mindestens zwölf Carnival-Kreuzfahrtschiffe regelmäßig von ihren Heimathäfen aus nach Celebration Key fahren. Carnival Celebration und Carnival Conquest werden den Bahama Hafen von Port Miami aus ansteuern, während Mardi Gras, Carnival Freedom und Carnival Glory Reiserouten nach Celebration Key von ihrem Heimathafen in Port Canaveral aus anbieten werden. Von Jacksonville aus wird die Carnival Elation ebenfalls Fahrten zum neuen Zielhafen haben. Außerhalb von Florida werden die Carnival Dream und die Carnival Legend von Galveston aus nach Celebration Key fahren, während die Carnival Liberty von New Orleans aus segeln wird. Die Schiffe Carnival Pride, Carnival Sunshine und Carnival Spirit vervollständigen die Liste der Schiffe, die Reiserouten nach Celebration Key anbieten, mit Abfahrten ab Baltimore, Norfolk und Mobile. Die Kreuzfahrtgesellschaft gab außerdem bekannt, dass sechs weitere Schiffe Celebration Key besuchen werden und zusätzliche 100 Reiserouten anbieten werden. Wann wird Celebration Key eröffnet? Carnival hat enthüllt, dass die ersten Kreuzfahrten im Juli 2025 in Celebration Key ankommen werden. Die Kreuzfahrtlinie hat den Verkauf von etwa 400 Reiserouten eröffnet, die den neuen Bahamaischen Hafen anlaufen werden. Das war's für heute, meine lieben Zuschauer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben und teilt eure Gedanken in den Kommentaren. Wenn ihr noch nicht abonniert seid, lade ich euch herzlich ein, Teil unserer Community zu werden, indem ihr auf den Abonnieren-Button klickt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine unserer kommenden Veröffentlichungen zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.